So, ich sage erstmal herzlich willkommen bei eurem neuen Video auf meinem Kanal, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei den zwei Abonnenten, einmal bei Alex und einmal bei Horrorclown. Vielen, vielen Dank für euer Abo, bei Horrorclown habe ich mich ja schon wieder an, aber an Alex gehe nochmal ein ganz großes Dankeschön raus. Ja, wir sind hier ein bisschen am Kartoffeln ernten, es wird jetzt auch nicht allzu lange eine Aufnahme, weil ich gleich nochmal meine Freundin sprechen möchte. Ähm, ja, wenn ihr fragen, warum der Fliegel da steht, ähm, ich wollte es eigentlich gerade ausprobieren, im Video, aber natürlich war der Sound wieder zu laut, dass man es so schwer einschätzen kann, und er wird leider nicht beladen von der Kartoffel, warum auch immer, ob das ein Ladefehler ist, als ich. Ähm, ja, wir wollen gleich, auf jeden Fall das Grasbachhof wegmachen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Sonst gibt's auch noch nichts zu sagen. Ihr könnt euch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so macht, wenn ihr alles neu erzählt, dass ihr mich mal gerne erzählen, ob ihr auch am Ehrensaal, ob ihr auch, am Ehrensaal, ob ihr auch, oder was auch immer. Ich bin mal gespannt, ob ihr euch mal. Ich möchte jetzt erstmal gleich noch ein bisschen. Ich möchte jetzt meine Pflanzen sparen, meine Pflanzenspitzen, also mein, mein Getreide. Kommen wir wieder in der Pfanne, die wir in vorne hatten. In schwarze blau oder so. Ich weiß nicht, wofür das ist. Ich weiß nicht, dass wir noch, wir haben jetzt noch einen Spiegel angefangen, leider. Ähm, da ist ja auch die anderen Disken, die ein schönes Zuckerrohr oder so war. Ähm. So, hier somit war jetzt ein kleiner Fehler von dem Stall hier, aber, das ist ja egal. Ähm. Stört mich ja nicht. Ähm. So. Ich muss nochmal einmal kurz abtanken. Wahrscheinlich schon. Wenn er sein Rohr mal wieder oben hat, geht's ja auch in der Ratte. Also. Ich brauche jetzt mal kaum zu sehen, das ist ja auch in dem Angeln. Und ich habe hier schon mal die Anzeige gesehen. Ja. Also, ich brauche jetzt nicht. Und ich brauche das noch mal mehr. Wir haben jetzt einfach mal drei Jahre Zeit. Und jetzt kann ich mir jetzt nicht mehr drauf. Ich brauche es nicht mehr so. Und ich brauche jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. All right. 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 Und das ist die only mehr, die wir noch haben, ohne etwas zu tun. Und das ist die only thing, dass ich meine, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja, so ist das nachher am Morgen oder so, oder so, für mein Video, aber für WPS meine, also WPS Excel. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Jetzt können wir das drüben anpassen. Länger funktionieren. Rückerlänger funktionieren. Lämpfe ich natürlich auf. Lämpfe ich natürlich auf. Länger funktionieren. Das können wir noch mal testen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und einen guten Start in die neue Woche, die wir hier noch schul haben. Und ja, so, haut rein. Ciao.